Yo guys, what's up the blue gangsta is back with another part und wahrscheinlich den letzten part von wie spiele ich Tekken 7 Falls mir irgendwas noch einfällt, weil in der kurzen Zeit, jetzt war das nicht so, wie gesagt das hier ist direkt im Anschluss vom letzten Part Bringt mich vielleicht irgendwann mal irgendwas darauf und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid Aber damit wir mit dem Hauptthema weitermachen können, muss ich jetzt hier nochmal eine Wiederholung starten, ganz kleine Und zwar was mache ich, wenn ich auf dem Boden liege, weil wenn man ein Kombo kassiert, liegt man auf dem Boden oder allgemein eine Attacke Und ihr wisst ja schon die Option 3, 4, mit und low, also low und mit und genau die gleichen Optionen hat euer Gegner Und dann habt ihr noch 1, 2 macht nichts und down 1, okay So Ihr könnt, wenn ihr Gegner angreift, 1 machen, weil ihr dann noch ein Kombo daraus kriegt Aber das ist ja in einer anderen Situation, die ich euch auch gleich zeigen werde Was ihr aber meistens macht, was ihr wirklich am allermeisten macht, wirklich die meiste Zeit über, was ihr machen solltet, ist 1 Tag Roll Weil wenn der Gegner angreift, auf euch zu rennt, eine Running Attacke macht, weicht ihr meistens damit aus Selbst wenn er euch irgendwie verarschen will, okay, macht ihr 1, das ist das sicherste Das zweitbeste, was ihr machen könnt, ist Back, beziehungsweise Up Dass ihr gleich im Normal State seid, damit ihr euch gleich mit High oder Low verteidigen könnt, okay So Im anderen Fall Wenn ihr so legt Und dann das hier macht, ja Könnt ihr gleich ein Kombo daraus machen, vor allem wenn es auf Counter trifft Ja, schon habt ihr einen Vorteil daraus Warum ich euch das jetzt zeige, ist das Thema, worum es jetzt eigentlich geht Und zwar ist es, was eigentlich auch zu den Basics gehört, aber ihr erst wirklich erst machen solltet Wenn ihr alles, was ich euch bisher gezeigt habe, wirklich sehr sehr gut drauf habt Auf einem sehr sehr guten Level, okay Wenn ihr das komplett drauf habt, wenn ihr jetzt von diesen allgemeinen Offline-Spielen gegen Freunden aus Spaß und so mal wegkommen wollt Und mal richtig euch heransetzen wollt Dann ist das hier jetzt wichtig und da dürft ihr das, was ich euch gerade gezeigt habe, nicht vergessen Was sehr sehr fundamental ist, was sehr wichtig ist Und zwar ist es so Worauf achtet man eigentlich Wenn man in den Kampf kommt, wenn man spielt, ja Man denkt ja eigentlich, man soll seinen Charakter beobachten Von wegen, ich muss ja wissen, was ich drücke Falsch Ganz falsch Ihr müsst euren Charakter so beherrschen Dass ihr ihn gar nicht angucken müsst Weil durch das, was ihr drückt Müsst ihr schon wissen, was er macht So gut müsst ihr euren Charakter beherrschen können Und das kriegt ihr alles damit hin Mit allem, was ich euch davor gezeigt habe Worauf ihr achten solltet In einem Match, so wie ich gesagt habe Nicht nur auf die Stage, wie groß ist die Stage Gibt es da Wendy, gibt es da einen Break Kann ich ein Wall Carry machen für ein Kombo Ja Nicht nur das, sondern hauptsächlich Wie ihr spielt Ist, dass ihr auf den Gegner guckt Nicht auf euch, sondern auf euren Gegner Ich mach mal kurz die Rage weg Und den Gegenangriff So Wieder alles normal So Ihr guckt Ihr seht sozusagen nur 50% des Bildschirms Und das ist euer Gegner Den seine Figur Beziehungsweise hier Kazuya Und seine Lebensleistung Darauf achtet ihr Weil wenn ihr spielt Wisst ihr schon, was ihr macht Ihr müsst darauf achten Weil ihr punishen wollt Weil ihr Kombos machen wollt Weil ihr throwen wollt Weil ihr Irgendwelche Vorteile ziehen wollt Müsst ihr sehen Was euer Gegner macht Um seine Schwäche rauszuziehen Darauf kommt es in dem Kampf an Darauf achtet jeder Pro Player Darauf solltet auch ihr achten Selbst als Beginner Selbst wenn ihr alle Noch nicht mal Alle meine Sachen durch habt Darauf kommt es an in dem Kampf Ihr guckt nicht euren Charakter an Weil ihr schon wisst, was er macht Ihr wisst, wie ihr euch bewegt Ihr wisst, wo ihr seid Ihr müsst ihn nicht nochmal extra Zur Kontrolle angucken Das könnt ihr nebenher machen Aber eure Haupt 50% Ja, eure eigentlichen 100% Ist die Figur vom Gegner Der Charakter Und seine Lebensanzeige Nur sehr, sehr In sehr wenigen Momenten Also sehr selten Schaut ihr ab und zu mal Auf eure Lebensleiste Okay, wie viel Leben habe ich noch Bin ich in Rage Was kann ich mir leisten Worauf sollte ich aufpassen Und wenn ihr Kombos macht Von wegen Reicht die Range Muss ich ein Forward-Forward reinmachen Und sowas In nur so seltenen Momenten Achtet ihr Auf euch Das sind Grob gesagt 10-20% vom Spielen Also 20 wäre schon fast wieder zu viel Die meiste Zeit Achtet ihr auf die Bewegung Von einem Gegner Und Auf seine Lebensleiste Darauf kommt es an So Und was die Pro-Player Machen Ja Und wie gesagt Das ist sehr wichtig Das ist kein Witz Ich meine das 100%ig ernst Jeder den ich kenne Jeder der gegen mich spielt Jeder von meinen Freunden Und selbst die Pro-Player Die ich schaue Die Achten niemals Auf ihren Charakter Beziehungsweise Auf ihre Lebensleiste Die gucken immer nur Auf den Gegner Weil es immer drauf ankommt Was macht er Was macht er falsch Was kann ich ausnutzen Okay Darauf kommt es an So Und dann seht ihr Voll oft Dazu mache ich mal Wenn es geht Die Spiegelung rein Nachahmen Genau Was ihr sehr oft seht Ist dass man Erst Backdash macht Und dann dieses Movement Dieses herumgezappeln Und ihr denkt euch Okay Das ist eigentlich auch Eine Wiederholung Warum Macht er das Das Ding ist Wenn der Gegner hier Auf Verteidigung bleibt Und nur so tut Als ob er euch Angreifen würde Dann würdet ihr Instinktiv Instinktiv Eine Attacke machen Instinktiv Und genau darauf Wartet nämlich Der Gegner Ob er jetzt Low, High Oder mitkommt Das seht ihr Wenn ihr auf ihn Achtet Aber genau darauf Wartet der Gegner Sich dumm zu bewegen Sich irgendwie Wave Dash Vorzubuffern Forward Vorwürf Vorzubuffern Irgendwelche Attacken vorzubuffern Und für eine Rage zu sorgen Dass ihr denkt Okay jetzt hau ich ihn in die Fresse Macht irgendeinen falschen Move Der punishbar ist Und er wird sofort Gekontert Versteht ihr Sowas nennt man Mindgames Ihr nutzt durch Bewegung Ja Bastelt ihr sozusagen Operiert ihr an eurem Gegner Von wegen Ich benutze jetzt die Bewegung Und die Bewegung Und das hier aus Um zu sehen Worauf reagierst du Was machst du falsch Was kann ich aus dir rausholen Versteht ihr Das ist dieses Mindgame Diese Kopfsache In Tekken Das ist das was Tekken Auch so So stark In Fighting Games Macht ja Dass man nicht einfach hingeht Und 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 weiß ich Und dies Und das Und so und so Sondern ihr achtet auf euren Gegner Ja Versucht aus ihm Seine Schwächen rauszulocken Durch eure Gefakten Bewegung Eure gefakten Attacken Die ihr nicht macht Wartet bis er einen Fehler macht Und dann geht ihr dagegen Genau so müsst ihr denken Das ist dieses Und dieses instinktive Angreifen Das Das ist Spielerfahrung Das muss über Jahre lang Wachsen Eigentlich Ja Ihr könnt nicht einfach denken Okay jetzt Das ist richtig Ich mach es Obwohl macht es Weil aus Fehlern lernt man Und dann seht ihr Okay das war falsch Das hätte ich Das sollte ich nie wieder so machen Weil er so und so Punishbar ist So seht ihr auch die Vor- und Nachteile Eures Charakters Ja Welche Attacken schnell sind Welche schnell Punishbar sind Welche ich schnell benutzen kann Wogegen kann der Gegner Gar nichts machen Wie spielt mein Gegner eigentlich So findet ihr eigentlich Das raus Ja Das ist dieses Kopfsachenspiel Das ist sozusagen Der Anfang von jedem Fight Ja Wenn ein Gegner direkt von 0 auf 100 angreift Dann wisst ihr Okay der will euch aus die Fresse hauen Ihr geht auf Abstand Und zwingt ihn dazu weiter anzugreifen Um ihn so krass wie möglich Nur punishen zu können Und eurem Sieg Sozusagen euch so einfach wie möglich zu machen Okay Das ist deswegen Das machen die Koreaner Und so Das ist bei denen schon Totaler Standard Ich hab mich auch anfangs gefragt Okay Die planen was Aber Was für einen Hintergrund hat es Und das ist eigentlich der Hintergrund Dass man den Gegner verwirrt Den Gegner in Unsicherheit bringt Von wegen Okay welche Attacke startet er jetzt Und wann startet er die Und sozusagen Die Fehler und die Schlechten Sachen Eures gegnerischen Charakters Sozusagen Erzwingt Dass er Ihn erzwingt Irgendwas Falsches zu machen Um euch einen Vorteil zu sichern Ja Deswegen geht man nicht von 0 auf 100 Direkt drauf Sondern man wartet erstens Also gegen den Computer Bringt das so gut wie gar nichts Nur gegen Wirkliche Spiele Die auch Irgendwas im Kopf haben Ja Anstatt einfach drauf zu gehen Und zu drücken Und zu denken Ja das geht auf jeden Fall durch Die Attacke ist voll stark Bla 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 Bullshit So spielt man weder auf dem Mittleren Noch auf den hohen Level Das ist wirklich Komplett Beginner Und so könnt ihr euch Nicht nennen Wenn ihr wirklich Stück für Stück Alles angeguckt habt Was ich euch da gegeben hab Und wirklich auch alles Mitgenommen habt Und alles Auf einem sehr guten Level Mitnehmen könnt Dann könnt ihr euch das Auch nicht leisten Dann müsst ihr auch Das hier benutzen Ja diese Sozusagen Ähm Ich weiß nicht wie man das Jetzt auf Deutsch sagen soll Es ist auf jeden Fall Sozusagen die Distanz Technik Nennen wir das Ja Die Schwäche rausholen Weiß ich was Technik Nennst Wie ihr es wollt Ihr wisst auf jeden Fall Was ich damit meine Und das ist der Grundstein Des Movements Ja Deswegen hab ich euch Deswegen müsst ihr auch wissen Ja das Dazu gehört es nämlich dazu Deswegen müsst ihr auch wissen Was ein Backdash ist Was ein Korean Backdash ist Was ein Wavedash ist Äh was ein Sidestep ist Was ein Sidewalk ist Ja Was Das Low Parry Äh Low Defense Mit High Defense Normale Parry Frows Ja Das müsst ihr dann Alles schon auf dem Kasten haben Dass ihr wisst Okay Wie greife ich an Wie verteidige ich mich jetzt Und so filtert ihr das aus dem Gegner raus Das ist sehr 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 wichtig So Und dieses Ich warte hier hinten Und warte bis mein Gegner angreift Ja Ich mach das jetzt mal so Nachahme Wiederholte Aktion Zack Aufzeichnen Katsuya Zack 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 Ah ne Ohne die Fenster nach Obwohl doch So So Und ich bewege mich jetzt hier die ganze Zeit Und er denkt sich Ey Das würde jetzt ein New Player Online machen Ja Der würde jetzt denken Verarscht mich nicht Ich greife dich an Ich hab das jetzt ein bisschen untertrieben dargestellt Weil so Wenig würde der gar nicht machen Und ich bewege mich hier Und Mache ihm sozusagen den Anschein Dass er mich angreifen kann Seht ihr Und dabei whiffed er Ja Und dann bam Ja So was Der whiffed dann Und dann bam Und zack Und zack Und so was Ja Darauf kommt es an Das ist Das ist das Und genau deswegen schaut ihr auch nur wirklich auf euren Gegner Deswegen ist das Was jeder macht Weil das weiß ich ja schon alles auswendig Forward Backdash Weiß sie sich was Das kann ich trinken Muss gar nicht auf den achten Ja Ich guck nur Wann macht er einen Fehler Wann Seht ihr Und ich hab mich automatisch geschützt Ohne auf Jin zu gucken Und dann schon Zack Ja Das ist eigentlich das Worauf man achten sollte Worauf es wirklich ankommt Wenn man die ganzen basics hinter sich hat Ja Ja und das nennt man sozusagen Whiff Force Ja Weil er auf Abstand geht Und den Gegner dazu zwingt Zu whiffen Obwohl er jetzt eigentlich gar nicht weiß Was ich machen soll Das ist so eine Art psychische Sache Weil er den Gegner einfach verarscht Weil ihr zeigt wie sehr ihr ihm überlegen seid Und allein das wird ihn so unsicher machen Dass er gar nicht mehr weiß Was er gegen euch machen soll Und ihr könnt dann wirklich alles raushauen Und es wird auch alles durchgehen So gut der Gegner im Kopf ist Ja Wenn er darüber steht Wenn er schon vieles durchgemacht hat Wenn er selbst schon diese ganzen Techniken hat Dann wird es umso schwerer Diese Schwachstellen Aus einem Gegner rauszuziehen Das heißt Je höher der Gegner ist Desto seltener zeigt er seine Schwachstellen Desto seltener zeigt er sich Lässt er sich panischen Und genau deswegen gibt es Weil ihr somit auch einschätzen könnt Ja Wie gut ist mein Gegner Somit könnt ihr das auch einschätzen Das ist hier dieses Ranking Diese Einstufung Durch die Bewegung Ja Durch diese Whip Force Könnt ihr sehen Wie oft greift er an Welche Moves macht er Greift er überhaupt an Geht er auch auf Verteidigung Kommt er jetzt komplett auf Angriff Weil 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 es ihn auf den Sack geht Das ist das Wie ihr euren Gegner einschätzen könnt Und die Schwachstellen gleichzeitig rausholen könnt Also ein sehr starkes Tool Ein fundamentales Tool In diesem Game So Und das sind die Mind Games Und wie gesagt Wenn ihr nach hinten geht Und darauf wartet es Die Whip Force Ein anderes Mind Game Ein anderes Mind Game ist Ähm Genau Ähm Wo ist jetzt Wo ist jetzt der Duck Wo ist jetzt der Duck Nein Nein ich will nicht aufzeichnen Nicht festlegen Wiederholte Aktion Abwehr Äh Hocke Okay Hocke So Stellt euch vor Stellt euch vor Stellt euch vor Ich mach jetzt die ganze Zeit Der 1-2 getroffen haben Die 1-2 getroffen haben Gegen vor Ducken Weiß von wo ihr kommt Und wisst was gegen euren Gegner Er zieht und was gegen ihn nicht zieht Ja Darum geht es Und das ist auch ein Part von den Mind Games 50-50 Eins ist Whip Force Das hier im Hintergrund bleibt Das hier auf Range bleibt Das hier guckt welche Fehler macht er Wie gut ist der Und wenn ihr dann auf Angriff geht Ja Dann macht ihr erstmal Pokes Ja Pokes Ich weiß gar nicht ob ich das erwähnt habe Pokes Das sind einfache Attacken Down 1 Äh Down 4 1 2 Äh Bei manchen Äh 3 eigentlich nicht 4 eigentlich auch nicht Down forward 1 So jeder hat andere Aber das sind nur so leichte So abtasten Weißt du abtasten So ganz leichte Schläge Um zu gucken Was geht bei dem Gegner durch Und was trifft und was nicht Wo schützt er sich Wo schützt er sich nicht Was kann ich mir erlauben Was kann ich mir nicht erlauben Und ähm Wenn schon mal ein Poke durch geht Dann habt ihr schon mindestens Etwas abgenommen Ihr könnt auch ein Spiel Nur durch Pokes gewinnen Wie gesagt Ein Mid High Und ein Low Ist das einzige was ihr braucht Um zu gewinnen Mehr braucht ihr nicht Ihr müsst es nur wissen Wie ihr es richtig einsetzt Und genau da findet ihr auch heraus Für euch selbst Wie ihr das einsetzen sollt Versteht ihr Darum geht es Das sind diese drei Wichtigsten Sachen Die man Immer in Tekken benutzt Scheiß auf Kombos Scheiß auf Froze Scheiß auf Rage Strive Rage Art Scheiß auf alles Ja Neben dem Movement Was das wichtigste überhaupt ist Setzt ihr Whiff vor sein Um die Gegner Seine Schwächen rauszuziehen Um ihn dazu zwingen Dass ihr ihn punishen könnt Ihr geht hin Ihr macht Pokes Ja Um zu gucken Was geht durch Wo schützt er sich Ich nehme ihn dabei ein bisschen ab Ja Und Bring mich nicht großartig In Gefahr Weil Pokes sind eigentlich Nicht punishbar Weil das hier kann man schon Nicht als Poke zählen Okay Sowas sind Pokes Hier Das hier nicht Sowas So ganz kleine So simple Attacken So kleiner Schlagabtausch Und damit seid ihr auch nicht punishbar Seid auf der sicheren Seite Und filtert immer mehr Von dem Gegner raus Und dann kommen irgendwann mal Die Strings mit den Mixups Ja So Eine am Ende mit dem Mid High Eine am Ende mit dem Low Ja So Das sind diese ganz ganz normalen Sachen Die ihr benutzt Äh Wo ihr auch immer im Hinterkopf haben müsst Und so geht ihr an euren Gegner raus Und irgendwann mal Wenn ihr da rauskriegt Okay Der load sich dagegen Und ihr wollt mal Ihr würdet sagen Ich hab noch genug Leben Ich brauch eigentlich nur noch ein Kombo Und ich will es jetzt beenden Dann macht ihr Bam 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 Ja Macht ihr Bam Bam Er duckt sich wieder Zack Zack Bam Bam So und fertig Ich kann das euch jetzt nicht Stück für Stück 100%ig erklären Aber ihr wisst jetzt wahrscheinlich Auch genau was ich meine Anhand des Beispiels Okay Das ist das Was Was sozusagen Das ist sozusagen Wie soll man das nennen Das Grundprinzip Wie man Tekken spielen sollte Wenn man auf einem hohen Level spielt Je höher ihr spielt Je öfter ihr spielt Desto mehr Kriegt ihr das selbst Für euch raus Für euren Charakter Für euren Spielstyle Aber das sind so diese Hauptsachen Dieses ganze mit Kombos Und Rage Drive Und Throws Und sonst was Das sind nur Addons Extra Sachen Die ihr einsetzen könnt Sobald ihr eine offene Lücke sieht Ja Das sind nur so Besondere Sachen Die man im Normalfall Gar nicht benutzt Im Normalfall Ist bei Fight Das hier los Backdash Spacing Auf Range achten With Force Hingehen Bissle poken Strings mit 50-50s probieren Das ist das Ground Game Das ist der Standard Und erst wenn ihr das durch habt Denkt Okay Wir sind aus dieser Phase raus Das ist jetzt die letzte Runde Ich habe in die Hälfte abgenommen Oder irgendwie was abgenommen Ich muss jetzt gucken Dass ich diese Runde gewinne Oder das Spiel beende Und irgendwas krasses raushau Und dann kommt ihr mit Launchern Dann kommt ihr mit Juggle Dann kommt ihr mit Tailspin Dann kommt ihr mit Froze Dann kommt ihr mit diesem ganzen Zeug Ja Und dazu Das letzte Was man machen kann Was aber nie wirklich garantiert ist Was nie wirklich garantiert ist Und was sehr gefährlich ist Wo ihr euch Im Kopf klar sein müsst Und wirklich hundertprozentig auch klar sein müsst Dass es durchgeht Bei manchen ist es safe Bei sehr vielen ist es nicht safe Es gibt es aber für jeden Charakter Und das sind Tech Traps Das ist sowas wie Ich mache 1-2-4 1-2-4 Dann sehe ich Der duckt sich Dann mache ich 1-2-3 Mix up Das sind Tech Traps Nennt man sowas Wenn ich jetzt zum Beispiel Den hier mache Das ist die einfachste Art von einem Tech Trap Ich mache den hier Und der Gegner Ich sehe Der Gegner steht nach hinten auf Und duckt sich dann Bam Ja Forward Forward 2 Richtig getimed Ja Er kann nichts dagegen machen Es ist kein Combo Kein Juggle Kein Natural Combo Kein Tail Spin Kein Weiß weiß ich was Gar nichts davon Das sind Simple 2 Attacken Eine davon ist low Weil ich ihn umschmeißen will Und die nächste ist mit Weil ich ihn auch Splatten will Ja Eine Splat Attacke Das sind Tech Traps Das hier den Gegner In eine Situation bringt In dem Die herauffolgende Attacke Die nächste Attacke Die ihr schon geplant habt Der er gar nicht Ausweichen kann Ähm Was könnte ich noch Als Tech Trap benutzen Ähm Whiff Force plus Tech Trap Ich mache Ich gehe nach hinten Mach ein 1-2-4 Der Gegner sieht Okay Sein 4 war im Minus Ich renne drauf Ihr macht einen Hopkick Bam Habt ihn getroffen Tech Trap plus Whiff Force Ihr habt den Gegner Gezwungen an euch Gezwungen an euch ranzukommen Weil ihr so getan habt Als ob ihr euch Nicht im klaren Wärt Dass ihr gerade Einen Fehler begangen habt Dabei habt ihr aber gesehen Okay Bis der zu mir kommt Und mich panischen kann Kann ich schon wieder Einen Gegenangriff starten Oder wie gesagt Ich hau ihn weg Ich hau ihn runter Und hau direkt danach Warum trifft es jetzt Die Range scheiße Und hau direkt danach Was drauf Wo er gar nicht Ausweichen kann Ja Attacken die eigentlich Gar nicht zusammen gehören Aber dadurch Durch die erste Attacke In die Position Die ihr ihn gebracht habt Dass die zweite Attacke Danach trifft Ich mach grad gar keine Long Rage Attacken Hier Ja sowas Der kann sich da Gar nicht schützen Weil Weil er grad hier In diesem Fall Erst beim Aufstehen ist Er kann sich ja noch Gar nicht schützen Während er beim Aufstehen ist Ja Ihr habt ihn in eine Position Durch ihre erste Attacke Habt ihr ihn In eine Position gebracht Bei der er in der zweiten Gar nichts mehr dagegen machen kann Ja Der er nicht ausweichen kann Weil ihr ihn durch die erste Attacke Dazu gezwungen habt In diese negative Beziehungsweise Nachteilige Position Zu kommen Das sind die Tag Traps Und durch diese Sachen Die ich euch alle Gerade gesagt hab So spielt man Pros nennen Ihr könnt euch gute Spieler nennen Aber auf gar keinen Fall Und zu 100% Seid ihr keine Anfänger Beziehungsweise Noobs mehr Okay Darum geht's nämlich So Und Das ist eigentlich Alles Worum es Darauf ankommt Das ist alles Was ich euch Beibringen kann Das ist alles Was ich weiß Vielleicht gibt's da noch Irgendwo Schnipsel Kleine Details Die kriegt ihr von mir Irgendwie raus Wenn ich irgendwie noch Ein Zusatzpart Mach Wenn ich irgendwas Stream Wenn ich irgendwas Hochlade Schaut's euch an Guckt's euch von mir ab Und so kriegt ihr es raus Okay Das sind diese wichtigsten Sachen Guckt's euch öfter an Es ist anfangs schwer zu verstehen Irgendwann mal werdet ihr dahinter kommen Und jetzt Damit ihr versteht Von wo hab ich das Wie hab ich das gelernt Ja ich hab zwar seit Tekken 1 Alle Tekken Teile durchgespielt Aber irgendwelche Vorbilder Musste ich haben Und von den Leuten Die ich das ganze gelernt hab Diese ganzen Kombos Dieses Movement Die Tech Traps Die Width Force Das Dieses ganze komplexe Ding Ja Und nur auf den Gegner achten Auf solche Sachen Hab ich alles Von bestimmten Personen gelernt Und die stell ich euch jetzt vor Ich werde jetzt ein bisschen Was mit dem Camera Ankle und alles Mach wahrscheinlich Keine Ahnung Ein bisschen abändern Aber Lasst mich mal auf Start drücken So Zeig ich euch hier jetzt Wartet mal ganz kurz So YouTube Das können wir weg machen So Der Nummer 1 Spieler Gamer Name Oder wie man das auch nennen soll So wie ich mich The Blue Gangster Max nenn Heißt er JDCR Und er ist schon Anerkannt schon seit Jahren Schon seit mindestens Fast schon 10 Jahren Als der beste Tekken Spieler der Welt Er hatte Tekken Tag 2 Hat er Amor King und Heihaji gemaint Jetzt maimt er eigentlich Nur Heihaji Weil Amor King Nicht in Tekken dabei In Tekken 7 dabei ist Und er maimt mittlerweile Dragunov Weil er in der Evo Ja da müsste ich euch Eigentlich nicht viel dazu sagen Gegen einen Dragunov Spieler Japaner verloren hat Und dadurch wurde er inspiriert In der Finalrunde Er hat gesagt Der war so gut Ich will auch mit Dragunov lernen Okay So Dann zeige ich euch Ihn mal JDCR Ob sein Ja Hyunjin Kim heißt Sein Channel Und so sieht er aus Er macht Fun Videos Er macht nicht wirklich Tutorials Er zeigt manchmal Ein paar Sachen Aber von allem Würde ich ihn euch Wenn ihr ihn euch Angucken wollt Am wenigsten empfehlen Weil da kommt wirklich Nur über High Level Shit Wie gesagt Er ist der beste Spieler Überhaupt Ihr werdet sehr vieles Am Anfang Nicht verstehen Und vor allem Er spricht nur koreanisch Er spricht auch englisch Aber Im koreanischen Dialekt So gesehen Und das Könnt ihr euch nur angucken Wenn ihr wirklich Diese oberste Reihe Verstanden habt Und euch nur Sein Spiel ansehen müsst Wie er spielt Um zu verstehen Wer er ist Auf Platz 2 Mein persönlicher Favorit Den ich mir fast Jeden Tag gebe Der aber nur Koreanisch sprechen kann Ist Ni Ich weiß jetzt gar nicht Wie er wirklich heißt Aber auf YouTube Gibt er an Ein Tekken Ni Und durch ihn Erst in Tekken Tek 2 Habe ich euch gesagt Habe ich wirklich Tekken Spielen gelernt Und das durch ihn Das hier ist sein Kanal Er hat so viele krasse Videos Er hat auch koreanische Tutorials Er streamt auf Afrika TV Leider nicht auf YouTube Oder Twitch mehr Aber er ladet wirklich täglich Mindestens drei Videos hoch Die von einer bis zu fünf Stunden Gehen können Und das sind wirklich nur Tekken Videos Manchmal macht er besondere Wo nur Ranked Matches dabei sind Damit man nur das Wichtige sieht Ja Und Er ist für mich der Mein Favorit Der zweitbeste Spieler Bevor ihr euch GDCR anguckt Guckt euch nie an Das sind so meine Inspirationen Ähm Dann Mich persönlich Weil ich ein Jin Spieler bin Haben Äh Die zeige ich euch jetzt nicht Orangie inspiriert Und Hau Und Cherry Berry Mongo Das sind die drei besten Asiatischen Sage ich jetzt mal Äh Also Koreaner und Japaner Ähm Jin Spieler Die es gibt Ähm Welche sollte ich noch erwähnen Dann gibt es Leute Die Combo Videos machen Gegen die ich auch persönlich Spielen durfte Und Die meisten davon Sind Amerika Frankreich Auch Auch hauptsächlich Jin Ähm Jin Spieler Shoutouts To OG Sama Eloge Hakizamana Und Biako Ähm Ja Das sind die Leute Die mich inspiriert haben Wenn ihr wollt Guckt euch den IA Channel an Gegen die habe ich auch schon gespielt Und Ähm Wen gucke ich mir noch an OG Outdoor Frames Beziehungsweise Team Äh Electric Lords Wenn ihr Kombos Videos gucken wollt Wenn ihr Kombos lernen wollt Äh Wenn ihr High Ranked Lernen wollt Die Asiaten Also beziehungsweise Koreaner und Japaner Wie Ni JDCR Nobi Ähm Saint Help me Ähm Only Practice Ich habe noch sehr sehr viele vergessen Mr. Naps Auch eine Legende Und dann kommen wir zu den Englischen Was euch wahrscheinlich am nächsten liegen würde Weil Deutsch Englisch Ja Und zwar Ähm Zuerst Ähm Fangen wir mit den Kommentatoren an Mit den Kommentatoren Und zwar die bekanntesten Kommentatoren in fast jedem Tekken Und ähm Ja Die kommentieren und auch selbst spielen Sind zuerst Aris Der heißt auf ähm YouTube avoiding the puddle Das seht ihr jetzt hier Das ist sein Channel Ich klicke mal drauf Ja Der macht auch Tutorials Der macht Commentary Der macht Reviews Der macht das alles auf Englisch Und er ist meistens dabei Wenn es um Commentating geht Und von allen Kommentatoren Die ich bis jetzt gesehen habe Ist er mein absoluter Favorit Nummer 2 ist ähm Er heißt Rib Sein Name ist Rib Aber auf YouTube heißt er Level up your game Ist sozusagen ein Ähm Tutorial Channel Level up Your game Ohne plus minus Drauf drücken So Das ist sein Channel Er macht auch Tutorials Er macht Streaming Sessions Er macht Commentary Und ähm Avoiding the puddle Ist so ein Mittelspieler Der ist Sag ich jetzt mal Zwei bis drei Stufen höher Als ich Rib ist jemand ganz besonderes Weil in den High Ranks Bis Tekken Tag Tournament 2 War nur Mishimas da Seine Mains sind die Laws Und die Laws Die waren sehr sehr weit unten Und er ist Mit den Laws Nicht nur Auf den höchsten Rang Überhaupt Also nicht Von Online insgesamt Sondern so hoch Wie man mit Law überhaupt Ähm Online kommen kann Wenn man gute gegen gute Spieler spielt Sondern Er ist auch mit Laws Ja mit Low Rank Players Auf einer Ebene Wo schon wirklich die krassesten Gerade auch meine Vorbilder Die ich euch gerade vom Asiatischen Raum gezeigt habe Er ist selbst mit ihnen Auf einer Ebene Obwohl sie eigentlich Er Mishimas spielen Und das mit Laws Und er ist kein Asiater Er ist Amerikaner Und das ist Level Up Your Game Der ist hier Und der spielt wiederum Auch manchmal Gegen einen Dem würde ich euch Ans Herz legen Den feiern auch die meisten Freunde von mir Er ist auch Er spricht auch Englisch Er kommt eigentlich aus Schweden Und dieser heißt Dem Jetzt Dem Demain Man Swee Okay So Das ist sein Channel Mit dem Katsui-Weld Ich klicke jetzt drauf So So und dieser Typ Was dieser Typ macht Er macht nicht nur Vlogs Er macht nicht nur Tutorial Videos Er macht auch Reviews Was laber ich da Er macht eigentlich alles Er macht komplett alles Selbst zu besonderen Attacken Besonderen Momenten Besonderen Trailern Wenn ihr eine Informationsquelle braucht Ja Und jemanden der wirklich gut online ist Aber nicht im asiatischen Sondern im englischen Beziehungsweise Europäischen Raum Ihr vieles verstehen wollt Ihr viele Tutorials sehen wollt Ihr vieles erklärt kriegen wollt Und auch da nebenher noch Krasse Combo Videos Oder Character Guides Sehen wollt Dann gibt euch The Main Man Auch einer Den ich sehr sehr oft gucke Und diese Leute Von denen habe ich Am meisten gelernt Das sind Also meine Inspirationsquelle sozusagen Es gibt noch andere Gegen die ich auch gespielt habe Wie zum Beispiel Arsenality Und Bar Magix Die mich auch fertig gemacht haben Natürlich Die sind auch Sehr gute Spiele Und auf YouTube Die ihr euch angucken könnt Aber Das sind so diese Hauptleute Die ich angucke Und Wenn ihr was dazu lernen wollt Wenn ihr meine Tutorials Komplett hundertprozentig Drauf habt Und ihr sagt Ihr wollt noch eine Stufe höher gehen Weil ihr das mittlerweile drauf habt Und ihr gucken wollt Oder wirklich euch das zu wenig war Dann gibt euch diese Leute Wie gesagt Fangt mit Main Man an Guckt euch Rip an Guckt euch Arsenality an Gibt euch ein bisschen Von Bar Magix Wenn ihr krassere Sachen sehen wollt Guckt Electric Lords an Wenn ihr Jin Spieler seid Vor allem Eloge oder Biako Und Wenn ihr dann mal wirklich Auf Pro Level nur gucken wollt Weil da von denen habe ich auch Viele Kombos und dies und das Dann guckt euch den asiatischen Raum an In meinem Fall In meinem Fall waren es jetzt Orangie Cherry Berry Mongo Wen habe ich noch vergessen Super Hollang ist zum Beispiel Ein sehr guter Hollang Spieler Und Wie gesagt Die Top Guys Überhaupt Sind Nobi Saint Help Me Und meine absoluten zwei Favoriten Nee Und JDC R Da habt ihr es Und Macht damit was ihr wollt Und Damit verabschiede ich mich eigentlich Weil Das war es eigentlich schon Wie gesagt Darauf folgt Ich weiß aber nicht genau Wann es kommt Die Character Guides Von Von bestimmten Charakteren Ich werde nicht von jedem was machen Ich mache das Von den Charakteren Die ich unbedingt haben will Oder wenn mal Requests Kommen sollten Ein Dragunov Request Ist schon mal gekommen Das Habe ich mir schon aufgeschrieben Und Ja Das wäre es im Endeffekt Danke fürs Zuschauen Bitte gebt euch die komplette Series Ich hoffe Es hat Was gebracht Ich hoffe ihr konntet was draus lernen Ich hoffe es hat Aus euch ein viel besser Techenspieler gemacht Ihr habt viel mehr aus diesem Tutorials gelernt Über das Spiel Und könnt jetzt viel mehr Mitnehmen und umsetzen Und Ja Ich hoffe einfach Ich habe es nicht umsonst gemacht Sondern euch damit Einen sehr großen Gefallen getan Und wie gesagt Character Guides Kommen noch Und Ranks Und sonst was Irgendein Techenscheiß Wird noch von mir kommen Und bis dahin War es das Danke fürs Zuschauen Und Wir sehen uns Bei meinen nächsten Videos The Blue Gangster Zelt Peace YouTube Word